Hallo und herzlich willkommen, oh yeah, das ist Lovebird, ah herrlich, das waren noch Zeiten. Oh, und ja, wir haben letztes Mal den Hafen der Liebe errichtet, die ersten Boote kamen natürlich auch schon, wir machen hier mal wieder Start. Und dann überlegen wir uns, was wir denn heute machen, ich, wie gesagt, ich glaube, ich hatte letztes Mal gesagt, wir bauen diese Insel hier mal aus. Und ich würde ja gern irgendwo nochmal so ein, na, so ein Stadien bauen, so ein Sport, so ein Sport, ja, genau, Sport. Ja, mit viel Sport und sowas. Oh Mann, ich komme gerade nicht drauf, hier ist das Lovebird, tatsächlich, es geht, es kommt gerade. So, nein, wir bauen jetzt weiter hier die, ähm, diese Insel hier aus, das ist Manhattan, ich würde mal sagen, wir machen nicht nur das kleine Stück hier in Manhattan, wir machen das ganze Ding hier in Manhattan. Und, äh, ja, jetzt wollen die hier schon Commercials haben und so, und, ach nee, warte mal, wir, ich glaube, ich hatte noch einen Gedanken so, dass wir hier noch einen Kreisel machen. Wir brauchen Kreisel, wirklich, wir brauchen Kreisel, damit die auch von hier da rüber kommen und dann, ne, Anbindung, alles, geht viel schneller und so. Also machen wir ganz schnell den Kreisel und dann bauen wir natürlich diese Insel aus, okay, machen wir das so? Machen wir, ne. Machen wir, wir müssen nochmal gucken, äh, welchen Kreisel wir da nehmen, wir brauchen hier nochmal so ein, ey, diesen Fetten hier, wo war dieser Fette? Wir hatten nochmal so einen Fetten, wo ist denn der? Und der hier? Boah, der ist schon, schon übel, ne. Das ist schon, schon nicht schlecht, jetzt versuche ich den mal irgendwie zu drehen. Ähm, ja, passt natürlich, aber der ist, glaube ich, schon zu, äh, schon zu gigantisch irgendwie, ne, oder? Ich überlege gerade nämlich, weil da sind vier Spuren, die zwei könnten wir da reinhauen und... Machen wir das einfach mal? Machen wir das einfach mal machen? 107.640 können wir uns das leisten? Klar, nur klar, also, ich würde sagen, wir hauen das hier einfach mal hin, oder? Wollen wir das einfach hier hin? Ah, es hat natürlich irgendwie was, ne, oder? Wir lassen, wir lassen es einfach mal. Ich bin echt, äh, gespannt. So. Zack. Das passt auf jeden Fall, das war echt Augenmaß, muss ich sagen. Aber warum denn eigentlich nicht, ne? Also, die zwei gehen hier, sind jetzt auf jeden Fall noch höher. Wir könnten ja auch den zum Beispiel hier an, oder hier irgendwo reinlegen, hier zum Beispiel so. Ich gucke einfach mal, ob das, äh, funktioniert. Machen wir mal das so. Und, äh, so. Machen wir das mal so. Da können Sie auf jeden Fall hier rein. Da können Sie rein. Achso, ne, dann können sie hier raus und da rein. Aha, machen wir das doch lieber so, oder? Können sie ja hier zum Beispiel so reinfahren. Ich geh mal ne Etage tiefer. Na, will er nicht? Ne, so nicht. So ist doof. So. Und dann so. Hier können sie jetzt raus und das müssen wir nochmal ändern. Dann können sie hier rauf fahren, auf die Autobahn. Also sowas Gigantisches hab ich auch noch nicht gebaut, also ist auch mal wieder ganz neu. So, hier geht sie hoch. Wo geht die? Hier geht's auch nach da, ne? Also irgendwie von hier, hier am besten. Das bauen wir jetzt nochmal ein bisschen aus, so. Das machen wir so. So, und dann können wir die Autobahn hier irgendwie, das passt ja, ist echt geil, ne? Aber, äh, so, wie machen wir das jetzt hier so? Passt, fast, fast, fast. Ah, jetzt ist das hier auf Augenhöhe. Müssen wir vielleicht nochmal hochgehen. Äh, ja, so vielleicht. Und dann rüber, oder? Eieiei, eiei, 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 sogar noch höher. So, noch höher gehen. Scheiße, da müssen wir das nochmal abreißen. Ja, das ist auch noch nicht so, noch nicht so schön, irgendwie, ne? Also, wenn das hier so lang geht, ich weiß noch nicht. Wir machen erstmal den hier vielleicht. Äh, oh Gott. Ne, ne. Tiefer. Tiefer. Und mal so. Und, äh, hier vielleicht sogar ran. So. Und dem Ding. Ne, da müssen wir hier nochmal irgendwo in Kreisel reinhauen. Also, die können auf jeden Fall hier schon mal hochfahren. Das ist natürlich ganz gut. Nutzen die das denn auch vielleicht? Okay, die können jetzt da und da. Aber es ist ja nicht schlimm, weil... Ja, ich verstehe schon. Nein, wir lassen uns erstmal... Erstmal lassen wir das so, ne? Wir lassen uns erstmal so. Wir müssen ja hier auch dann irgendwann bauen. Aber ich finde, äh, das Konzept finde ich ganz gut. Das lassen wir so. Und, ähm, ja. Wir bauen jetzt weiter Manhattan aus. Love Boat. Was würde... Was würde Ruby Rod dazu sagen? Das muss nur so hopp, 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 hopp. Genau das. Ah, da, da. Es ist alles so schön grün. Das passt nicht. Wir haben ja noch eine echt geile City gebaut, oder? Also bis jetzt. Bis jetzt ist alles gut. Hier ist bestimmt noch wieder... Hier ist bestimmt immer noch Stau, ja. Da, ähm, habt ihr jetzt selber Schuld. Ja, ich muss das irgendwie nochmal anders machen, ne? Oh, hier auch. Au. Hier hat das am Vierspuren noch ein bisschen vor. Ach, je, 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 vielleicht kommen die ja... Ich mach das mal schnell. Das geht ja gar nicht, ey. Vielleicht kommen die einfach hier mal so lang. So. Warum... Warum nicht? Würde ich jetzt einfach mal sagen. Vielleicht fahren die ja hier lang. Wenn sie Bock drauf haben. Aber die fahren alle hier lang, ne? Ich sag ja, das müssen wir hier noch irgendwie umgehen. Wir müssen irgendwie hier anders reinkommen. Hier zum Beispiel. Wir machen das... Wir machen das einfach schnell, weil es... Ist hier wieder eine Katastrophe. So vielleicht. So. Und... So. Und... Na? So? Machen wir einfach mal so. Mal sehen, ob sie sich hier lang fahren. Das wäre natürlich sehr, 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 sehr praktisch. Oh Gott, oh Gott. Ähm, ja. Und sonst so. So. Wir machen hier wieder Commercials hin. Einmal... Hier bitte. Einmal Bürogebäude. Hier hin. So. Ähm... Wir wollen wieder Industrie... Ein bisschen Industrie. Schade. Nee. Ähm... Machen wir das so. Passt ein wenig so wirklich, ne? Äh. Jesus, Quatsch. Gleich. Ja, so. Machen wir so. Nee. Nee. Ja. So. Hier ist noch Platz. Da könnte man zum Beispiel, äh, ein paar Bäume reinhauen. Ich finde es aber gut, das Spiel hakt noch nicht. Ja, jetzt fragt ihr euch, hey, wieso sollte das haken? Ja, weil diese Texturen hier irgendwann echt extrem viele werden. Und, ähm, ja. Das braucht dann einfach sehr lange, um zu laden. Also, wenn ich das Spiel jetzt starte, dauert das schon ein bisschen. Ja, das ist echt so. Man wartet und wartet ein bisschen, ja. Da muss man aber jetzt leider durch. Da muss man durch. Weil, wie gesagt, die Texturen, das ist echt, echt übel. Echt übel. Warte mal, wir... Machen jetzt auch nochmal, irgendwie eine Abfahrt von, von hier, so. Irgendwie. Dann können die mal hier so rein. So. Ja, tut mir leid. Dann müsst ihr jetzt durch, ihr Anwohner. Dann können die mal hier lang fahren. Ey, die ganze Zeit fahren die hier. Das geht gar nicht, ey. Das ist hier eine Katastrophe. Das ist echt eine Katastrophe. Jetzt stehen die nämlich hier alle wieder wie Irren. Und hier sehe ich auch schon, dass die stehen, weil hier eine Ampel ist. Und das wollen wir nicht. So, die Ampel muss hier weg. Zack. 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 So, das war's mit der, mit der Ampel. Hier war, hier, hier ist auch noch eine. Gut. Jetzt können sie auch fahren. Jetzt, äh, lockert sich das hier alles so ein bisschen. Ja, hier bauen sie, das ist gut. Industrie wollen sie jetzt gerade nicht. Aber wir, ich finde auch das kleine Gebiet hier ganz gut. Das lassen wir noch. Ähm, ja, hier fahren sie lang. Hier, es löst sich ein bisschen auf. Ein bisschen. Ein bisschen. Ja, komm, fahr schön. Schön, schön fahren. Ah, es staut sich ein bisschen. Ah, ist halt der, ui, was ist denn hier los? Wollen sie auch von hier da rein? Das ist auch irgendwie blöd, ne? Hm, man müsste eigentlich von hier rechts und dann hoch irgendwie, aber, naja. Naja, naja. Hier löst es sich so ein, allmählich. Ähm, ja, die brauchen noch Industrie und Wasser sehe ich hier gerade wieder. So. Ähm, ja, Commercials wollen die haben. Krieg da. Sofort, sofort. Äh, wir bauen hier noch einer hin. Die dann da lang geht und einmal mit dem verbindet. Sehr schön. Dann brauchen sie nicht alle hier rüber fahren. Dann können sie nämlich auch hier rüber fahren. Das ist gut. Das lassen wir so. Hier bauen wir noch mal ein paar Straßen hin. Hier, nein. Na, so. Und, nein. Nein. Ja. Mach mal so. So, dann haben die Wasser. Also, hier fehlt noch ein kleines Stück. Und so. Dann, ja, Einkaufszentren und so. Krieg da, für, vielleicht habe ich da auch noch, äh, was lustiges. Äh, so, so, äh, na. So ein Gefängnis wäre auch noch geil. Hm, Sankt Michaelkirche. Krieg hier eine Sankt Michaelkirche hier rein? Das Gebäude existiert, äh, existiert bereits. Äh, blöd. Hier ist so ein großes Einkaufszentrum. Warum hauen wir das denn nicht einfach hier mal so hin? Na? Machen wir das hier hin? Machen wir. Dann können wir hier noch so, warum nicht, ne? Ich, dann, ups. Machen wir noch ein paar Parkplätze. Also, ein paar, na. Na, äh, wo war das? Nein. Bei den Mülltonnen? Nein. Bei Strom, glaube ich, ne? Nee, bei Wasser. Ach, hier war das, glaube ich. Da könnten wir so ein Parkhaus nochmal reinknallen. Hier vielleicht zu eins. So. Und vielleicht auch auf der anderen Seite auch nochmal eins. So. Haben sie zwei Parkplätze. Können sie sich hier, ne? Schön scha- Äh, was ist? Bäh. Das ist ja hier eine Katastrophe. Das geht wieder weg. I, pfui. Pfui, pfui. Dann, was haben wir hier? Machen wir so und so. Schauen wir nochmal. Na. Kann sogar vielleicht zwei hin machen. Einfach mal. So. Ja, das ist doch schon viel besser. Ja. Das gefällt mir. Das sieht gut aus. Da könnt ihr hier schon shoppen. Äh, pppppp. Machen wir jetzt hier. Hier diese Stadien hin und so. Oder wollen wir das mal machen? Machen wir das? Hm. Ich würde ja sagen, ja. Was spricht dagegen? Hm. Wo haben wir denn die? Hier, ne? Aber wir haben noch so eine, hier sowas hier, Football Stadium, so mitten rein, hier vielleicht so ein Football Stadium und dann, ähm, Football und dann ein Fußballstadion daneben oder so, ist auch so ein großes, ne? Ja, aber ich will dieses Football Stadium machen, das sieht glaube ich echt geil aus, ich knall das jetzt einfach mal hier hin, so, so, dann, ja, ich weiß, auf jeden Fall, äh, Wasser, na, aber so, und so, so, und dann braucht er natürlich Strom, kriegt er, hier gibt's dann noch, äh, Büros, Büro, Offices, äh, was wollten wir denn jetzt, achso, und so ein, ja, Parkplatz wäre gut, machen wir das gleich daneben, das wäre natürlich geil, wenn das so dahinter irgendwie wäre, das knallen wir jetzt noch mal, das knallen wir hier hin, knallen wir, machen wir so, und dann, ich muss noch mal gucken, wie viel das war, Also, wie, wie breit die Dinger waren, wo waren das denn, wo waren das denn, so, das waren aber nur so eine kleinen, Parking 3x5, jetzt gucken wir mal, Alter, macht das dann so hin, machen wir das gleich dahinter so, aber ich brauche, ich möchte gerne größere haben, größeren Parkplatz hier, 7x4, schon ein bisschen besser, Parkplatz zwölf mal, das sieht gut aus, aber da ein bisschen, so wäre am besten, also da unten, vielleicht noch mal eine Straße lang, ich hoffe, das reicht, so, reicht das so, Auf gut Glück, oh nein, jetzt macht das so quer, ja, dann müssen wir das gleich dahinter machen, dann reißen wir das ab, nochmal eine Straße, äh, oh Gott, oh Gott, jetzt weiß ich nicht, ob das reicht, Nein, natürlich nicht, nein, natürlich nicht, äh, eine, einmal runter, einmal runter, so, oh scheiße, jetzt habe ich wieder nicht geguckt, Habe ich jetzt gleich gemacht, nein, das passt, juhu, machen wir das so, so besser, ne, so machen wir das, ja, das sieht authentisch aus, So, hier können wir noch so ein paar Bäume reinhauen, ja, äh, so, und hier machen wir einfach, hier können wir ja so ein, so ein, so ein, so ein klein, so ein kleines Stadion oder so reinmachen, Ein kleines, Celtic Park Football, oh ja, so ein fettes Ding, ey, und was ist hier daneben, das hätte natürlich auch irgendwie was, ne, Ich mach's einfach mal, also, warum, warum nicht, dann kriegen die halt hier noch einen Parkplatz, dann gibt's halt hier noch einen Parkplatz, äh, Machen wir auch nochmal so ein, so ein Ding hier rein, wo war denn der hier, ne, jawohl, genau, Das ist geil, das lassen wir so, das gefällt mir, äh, Bäume, die, die alte Buche, wir hätten ja auch, äh, Bäume mit Blättern nehmen können, würde auch gehen, aber, Bäume mit Blättern, wer macht das denn, Äh, Straße, jetzt brauchen die hier auf jeden Fall ne Anbindung, Machen wir das, machen wir das so, so, und, ah, das war ja klar, so, und, ey, es geht ja da nicht ran, ist egal, wir, ich zieh den jetzt einfach hier mal so lang, so, Aber wie passt das jetzt, ey, er will da, er will nicht ran, ne, dann, Oh, leckst du mich doch am Arsch, dann gehen wir halt hier lang, so, ne, und, er ist nicht dein Ernst, Ja, so, und, ja, mach's doch gleich so, sehr gut, könnt ihr nämlich auch hier lang fahren, und dann auch vielleicht sogar, Ja, ja, genau so wollte ich das, das sieht gut aus, das ist Shane, das ist Shane, hier parken ja schon die ersten Autos, haha, wie toll, Herr, Herr Fröhlich, Celtic, okay, ich bin zwar kein Celtic-Fan, aber, wow, was machen wir mal hier, das ist, äh, Football Stadium, Dann nehmen wir das halt mal, wie sieht denn das aus, Hm, keine Ahnung, wir lassen das mal, ich, ich schreib lieber gar nichts, bevor ich wieder einen Ärger bekomme, Ja, uh, das wollte ich gar nicht, ups, machen wir mal weg, Hier nochmal paar Häuser hin, hier vielleicht, so, und, so, äh, so, 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 ja, sieht gut aus, haben doch ein bisschen, wenigstens ein bisschen geschafft, Ach, vielleicht haben wir ja auch hier einfach jetzt nochmal, was anderes, hier so eine Tankstelle wäre natürlich noch gut, So, machen wir, Tankstelle, dann machen wir eine Polizei, oh ja, ne, Feuerwehr ist das hier, Die hauen wir auf jeden Fall hier rein, passt die hier rein, schade, dann hier, wo, hier hin, Polizei, die nächste ist da und da, Und hier ist nur eine, ey, Wahnsinn, da ist auch noch eine, der kleine, glaub ich, dann hauen wir die halt hier hin, so, kostet ja eh nur 1000, Von daher ist alles okay, äh, Bus, wir müssen aber beim nächsten Mal, glaub ich, nochmal, Bus, 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 Anbindung und so machen, Hm, also, Tennisquad, hm, doch, das gefällt mir, es sieht echt gut aus, hier können wir nochmal, Komma, Schulz reinhauen und hier genauso, dann machen wir da, die, die schöne Buche machen wir hier hin, so, So, bevor die da bauen, hier machen wir das auch noch rein, ich hier, weiß ich nicht, wir machen das einfach mal, so, so, Mal ein bisschen schöner machen alles, so, Hm, hier machen wir das, das kommt bestimmt eh nochmal weg, Ach, hier vielleicht nicht, hier können wir das lassen, so, So, und hier vielleicht sogar auch, so, ist ja nicht alles zugewuchert, äh, zugewuchert von, ähm, ja, ähm, Beton sein, Am Müll, oh, die brauchen Müll, kriegt ihr, wo können wir den hier noch reinquetschen, wo können wir den reinquetschen, Hier vielleicht einer, und, vielleicht, eins und zwei, perfekt, das war, Gefällt mir sehr gut, gefällt mir wirklich gut, wir haben echt eine supergeile Stadt, muss ich sagen, Und, bis jetzt läuft eigentlich alles, wir gucken jetzt einfach nochmal, spaßeshalber nach, äh, dem, Verkehr, Hier zum Beispiel, hier hat sich das aufgelöst, so wollte ich das haben, hier stehen sie immer noch so ein bisschen, Aber hier oben auch gar nicht mehr, weil die ja auch hier jetzt runterfahren können, und hier natürlich auch, Also ist das wieder entlastet, sehr gut, Hm, das behalten wir, denke ich auch, das ist, so, dann machen wir hier nämlich noch einen Kreis, Und hier halt das Gebiet und so, ähm, wo war das noch so mit dem Verkehr, oh je, ja, ja, hier, Entschuldigung, ähm, ja, hier hapert es wieder, hier löst sich das auf, aber irgendwo hakt es, Also hier hakt es, glaube ich, so ein bisschen, ne, Hm, shit, dann machen wir einfach mal, spaßeshalber, hier noch eine Ausfahrt hin, So, einfach mal, um zu testen, weil es hakt ja wieder, hier, Ja, es wird Zeit, dass wir hier das Gebiet vielleicht mal freischalten, beim nächsten Mal, hoffentlich, Mal sehen, wie viele Leute wir da brauchen, 70.000 Einwohner zur Metropole Flossen Paradise, Ja, kriegen wir hin, kriegen wir hin, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge, Danke fürs Zuschauen, und, ähm, ja, bei der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall die Insel noch ausbauen, Also bis zu dieser Kante hier, und dann, glaube ich, echt, äh, hier oben das mal freischalten, Wenn's klappt, und, äh, ja, die Autobahn flicken, so, Leute, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao!